Willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Together mit Tim. Hi. Hi. Richtig coole Brücke auf jeden einen Block. Warte. Warum ist sie in den Redstone? Das braucht man sich. Das braucht man sich. Tim, die ihn in den Augen kam. Ich hoffe, er ist von uns hier im Bautom. Richtig. Doch. Nein. Nein. Halt, stopp. Ich. 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 So. Ähm. Soll ich gerade noch mal machen? Vielleicht ein bisschen brah. Rap. So. Ähm. Na ja, hallo mein Geschlechter. Genau. Aktiv. So. Ähm. Ja. Heute wollen wir natürlich das und dieses Thema machen. Was auch sonst, ne? Ja, was auch sonst. Gib mir eine Aufgabe, dann mache ich die gerne, weil... Dann mache ich das gerne. Aber... Das mache ich manchmal. Oh Gott. Und... Ja. Ja. Und damit leider auch ein bisschen Kältern, was ich mir jetzt überlegen will. Vielleicht ein bisschen. Vielleicht nicht mehr. Ich habe da gar nichts eingefehlt, aber... ich habe da erst den Namen entschieden. Nein. Sicher. Niko. Ey, du musst uns anmachen. Oh, hier sind Redstone Repeater und Redstone-Repeater und Redstone-Repeater. Wir wollen jetzt auch noch mal, dass jemand ein bisschen mehr arbeitet. Ich mach ja immer das gleiche, wieso ist das noch ein Kreuz? Heute geht es weiter mit dem Tatsun-System, heute geht es weiter mit dem Tatsun-System, heute geht es weiter mit dem Tatsun-System, heute geht es weiter mit dem Tatsun-System. Ja, warte, mach ich jetzt! Doch, die Hintritt, ja, doch doch! Flaschen, 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 flaschen. So, wollen wir mal hier hin, das, das hier weg, jetzt hab ich die Bohne. Und dann wollen wir mal hier auf dem Block tun. Oh, ich hab ne Hintritt. So, woher denn hier ist kein Rotstein? Ne, da ist doch gar kein Rotstein, hier sind ja noch zwei Items Frams. Was sind denn die anderen Items Frams? Ne, den, na doch, 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 da ist Rotstein. Tim, halt, stopp! Nein, nein, jetzt rede ich. Ja, Tim, genau. Kommt mir immer noch was an. Ne, aber roten Flash kommt das an. Die Samen kannst du immer noch in den Müll schmeißen. Deine Samen will niemand haben. Okay. Wo hattest du jetzt einen Grasblock hingesetzt, da wo schon Gras drauf ist? Weil den bräuchte ich einmal. Was? Ich hab dir eben gerade einen Grasblock gegeben, wo schon Gras drauf war. Ja. Den brauche ich. Ja, wenn ich den hätte, du musst in der Kiste mal gucken. Da ist ne Grasblockkiste, guck mal da rein. Ja, ich glaube da ist aber nichts. Was? Was war das gerade für ein Sapling? Dark Oak Sapling. Ne, ich brauche hier. Ne, da ist nichts drinne. Warte, ich gebe ihn hier ein. In welcher, stell dich mal da vor. Ich weiß gerade nicht in welcher, welche Kiste der Grasblock war. Ja, hatte ich kaum kurz. Hier so? Ne, einen weiter. Mach mal das Klackern aus. Bitte. Ja, hier ist einer drin. Dankeschön. Warte, ich tu ihn mal rein. Hier bitte. Danke. Ja, genau. So nett bin ich. Leute, ich gebe Freunden auch mal was aus. Aber wenn es nicht meine Freunde sind... Ne, tut mir leid. Maul. Maul. No way. Mit der Maul. Hat der Maul. Hat der einfach der Maul. Tim, ich komme gleich zu dir rüber und schlag den Paar auf die Fresse. Was heißt Niko? Mach das doch. Mach das doch. Mach das doch. Ja, mach ich. Mach es doch einfach. Ne, ganz ehrlich, mach es doch. Ich raste jetzt rüber und du hast in der Aufnahme, wie du verprügelt wirst, alter. Meinetwegen. Echt. Allein Tim ist ein bisschen größer als ich. Ist hier ein Kopf größer, du Sack. Ich hab mir Sack gemacht. Saved World. Server Saved World. Saved World. Das ist doch gut. Falls der Server gegrieft wird, haben wir immer noch einen Backup und einen Backfisch. Warum sollte der gekräft werden? Ja, weil du vielleicht ihn gräffst? Ja, gut. Also. Ja, du gräffst ihn doch immer gerne. Du scheiß Gräffer. Tim, habe ich gerade eine Explosion gehört? Nee, also kann sein, dass du sie gehört hast, aber dann nicht wegen mir. Ach so. Ja, habe ich mich verhört, weil ich auch ein kleines Öhrchen habe. Und da er nicht sehr viel reinkommt. Da kommt nur rein, was ich hören will. Und das ist immer so. Ja. Ja. Ich hätte jetzt voll den Joke raushauen, aber das weiß ich lieber. Jetzt hin. Jokes in der Aufnahme. Arr, 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 Arr. Morgen haben wir zweimal V-Griffe in Sport. Hier auch nice. Doppelstunde. Aber zum Glück nicht schwimmen. Leute, ihr wisst gar nicht, wie schlimm V-Griffe ist. In Schwimmen. Leute, das ist der größte Horror, wenn ihr den schwimmen hättet. Ja. Ich sag's doch, Leute. Habt ihr? Doch, hast du ja schon erzählt. Ne? Mein Freund ist auch, ne? Justin, falls du das jetzt siehst, ne? So. Der ist, der hat gesagt, ähm, dass wenn man, er konnte jetzt 25 Meter taugen, ne? So, hat er mir erzählt? So. Toll. Aber den sagt er, er hat ne Technik, wie er besser schwimmen kann. Er spreizt lieber die Hände, als sie zusammen zu machen, weil er dann mehr wegschaffen kann. Alles klar. Ich dachte mir auch nur so, hä? Digga, Digga, ne. Ne, was dachtest du? Was würdest du denn denken? Hä, Tim? Hm? Würdest du so denken, Digga, ne? Digga, was? Digga, ficken? Digga, ficken? Nicht so gut. Darf man das hier nicht sagen. Nein, das... Nein! Halt! Nein! Jetzt rede ich. Nimm den Schweiß, wie die Maschine mal an. Und hier ist Grassblocks. Grass, Grass zum Rauchen, Leute. Das... I'm good. I'm good. I'm good. Ahne. 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 Ich weiß ja nicht, auch woher ich den kenne, ne? Du auch nicht, oder? Der ist immer in meinem Bus. Ist er bei dir in der Klasse? Der ist immer bei mir im Bus, weißt du? Bei mir. Fährst du ja auch gar nicht mit. Hm, nee. Nein. Aber ist er bei dir in der Klasse? Hm, nee. Nee, Tim, sag jetzt mal. Ist er nicht? Ich gehe gar nicht auf unsere Schule. Doch! Achne, der geht immer in Bramstedt. Hä, aber irgendwie hab ich den mal mit dir im Zusammenhang mal gesehen. Da im Bus. Alles klar, im Bus. Da haut er mal wieder raus. Und... Ich würd auch sagen, mit dem Hauen raus ist die Folge leider nicht leider nicht zu Ende. Alles klar. Nein. Leute. Die Folge. Ich mag euch doch. Ich bin immer bei euch. Ne. Wollt ihr auch gar nicht mehr. Ich weiß. Aber bei Tim bin ich mal, ne? Was? Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Doch. Doch. Ja. Was ist los? Dicco. 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 Dicca. Dicco. 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 Skaif hin. jetzt geht das Klack an es klackert hier schön klackert in der Krimskramskiste der Beste bäh 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 und dann wollen wir mal auch wieder aktiv Tim sagt doch auch mal was du musst immer die Leute alleine was soll ich denn hier sagen Niko Hi Hi Hey Willkommen ich finde ja auf jeden wollen wir jetzt netherquass einsetzen ne doch nicht ne 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 ich wollte mal mein Eventar mit sich aussortieren Flynn wo kommt der Flynn auch hier wir haben so viel Flynn alter wo ist der Schombie Scheiße ich glaub der schon diesbaut kann ist er schon diesbaut ist er schon diesbaut ist er noch da ist er da Tim ich dann nicht guck doch mal bitte nach ich bin grad beschäftigt er ist grad beschäftigt Leute habt ihr das gehört ich glaub es auch wo ist mir die nether sachen wo ist die nether sachen da ne doch hi 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 wo bist du denn jetzt wird dort was machst du da mein Keller nichts da ist jetzt Blasch wo auf die das ich hier geht die g die 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 Der Zombie ist hinter dem alten Haus, so ein Passi. Hinter dem alten Haus, hier ist gar kein Zombie. Hä? In so einem Steinding. Steinding. Hinter Passis Haus ist gar nichts. Doch, so ein Steinding. Komm mal nach oben, Tim. Jetzt kommt's. Leute, wo? Ach, da. Wurde ist schon weg. Pharma-Villager ist auch mir leicht. Hier brauchen unbedingt Belager. Da könnt ihr auch eine Belager. Du hast hinter dem Haus gesagt, das war ein Nebenhaus. Ja, Yolo, hast du noch was zu essen? Äh, wenig. Ich betätige mal die Farm, ja, Tim. Hier kannst du mein letztes Rest ein Eis noch haben. Dann betätige ich mal die Farm. Mach die Farm ganz neu. Und dann war es auch schon für diese Folge. Scheiße. Achtung, Tim. Oh, wie toll. Oh, toll. Es bleibt da manchmal leider was hängt, aber ist ja auch noch wieder aktiv. Tim, du hast doch noch die Haken, ne? Äh, ja. Tu dir mal bitte wieder in die Kiste da ran. Ähm, ja. Oder gibst die mir mal, Tim. Tim, Tim. Ich da. Dankeschön. Jump'n'Run-Skills. Alter, Leute. Leute von heute. Ich glaub, es hört. Tim, wie lange ist noch Zeit? Ja, läuft noch, ne? Ja, aber ich mach jetzt noch eine Aufnahme mit dir, ne? Und dann, und dann, und dann schneid' ich mal. Muss mal gucken, wie die Leute abgestimmt haben. Ob ich jetzt nun das Projekt schneiden soll oder nicht. Ich hab auch dazu geschrieben, dass da auch weniger Videos kommen werden, weil Schneiden natürlich einen Aufwand braucht. Okay. Okay. Mhm. Alright. Okay. Alright, okay. Äh, nein. Tim, was hältst du denn von meinen Videos? Jo, ist ganz gut, ne? Danke. Ich hab auch noch ein Content, die ich produziere. Ich find's immer lustig. Welchen Content? Wenn, wenn Leute auf mein Kanal kommen, einfach immer Einwärmung machen. Den scheinen Leute abonnet alle Vlogbeets ist mein Kanal. Nein, ich mein, das zum Beispiel in den Kommentaren. Ich blocke die immer gleich. Ich bin immer auf mein Kanal. Nur die Leute rachen sie mal nicht. Ich hab das Einwärmung eigentlich sehr, sehr hindert. Dann lass sie doch. Nein, ich bin die Flüsse nicht. Ich bestraf sie. die ein noch das 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 hat nicht oder nein und so nicht Junge mein Freund hat nur auch unterkommen sich hier aus der rege ein Grundwehr um meinen Kanal aber ich selbst habe ich nicht du für dein etwa nein nein gar nicht auf die Idee würde ich nicht mehr kommen na ne scheiß aber auch die Langsamkeit ich bin denn hä, ist so dumm aber auch die gerade Langsamkeit ach die 1 10 ist so verrückt das ganze Microsoft hier so ha so Team ich habe ein bisschen Weizen für dich aber das ist wirklich nur ein bisschen 13 oder so wo bist du? oh das ist ein Mini-Villager-Zombie ein kleiner ich weiß nicht, späh ich mal ein komm mal her kleiner Alter verpiss ich mal ganz kurz Junge du näherst als ob verpiss dich wieder runter Alter Junge geh wieder geh wieder in dein Loch rein Junge geh in dein Loch rein au Junge ja jetzt bin ich selber drin auch nicht schlecht komm rein er ist drin, easy ha L2P Noob so jetzt lass ich mich mal groß wachsen ich schlag mich noch einmal genau schluss und dann machen wir hier auch mal zu Schicht im Schacht und das ist auch Schicht im Schacht Folge für heute ja wie soll also zunächst mal bis dann ja bis dann ne tschüss 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 tschüss